Joachim Heger ist der badische Meister der Burgundersorten. Neben dem Spätburgunder baut Joachim auch Chardonnay im Iringer Winklerberg an. Dieser im Barrick ausgebaute Chardonnay ist von einer außergewöhnlichen Mineralität geprägt, wie sie in dieser Form nur auf dem Vulkanverwitterungsgestein entstehen kann. Die verleiht dem Wein zusätzlich zur vorhandenen Kraft, Eleganz und Finesse. Ein sehr gehaltvoller Weißwein mit Schmelz und perfektem Holzeinsatz.